Die Bizepsübung, Bizep Curls am Kabel mit der geraden Stange. Auch hier häufigster Fehler, zu großes Gewicht, zu viel Schwung mit Rückenschwung ins Hohlkreuz gefallen und dazu noch mit dem falschen Seilzugwinkel. Wichtig, das Ganze ohne Umkehrschwung ausführen und den Arm anhalten und nach oben konzentriert einleiten und unter Belastung ausatmen. Wichtig, keine kurzen Bewegungsabläufe, immer die Full Range of Motion. Wichtig, keine kurzen Bewegungsabläufe.